Breaking News heißt es jetzt hier bei uns bei Pearl TV, liebe Zuschauer. Und diese Sendung ist speziell auf Ihren Wunsch entstanden. Denn Sie haben uns jetzt über die kompletten letzten Wochen und Monate immer wieder angeschrieben, weil viele von Ihnen natürlich diese professionelle Serie aus dem Hause AGT an Werkzeug für sich entdeckt haben. Super. Kraftvolle Lithium-Ionen-Akkus bei normalem Werkzeug mit 18 Volt Lithium-Ionen-Technik, völlig kabellos und unglaublich kraftvoll. Aber zu Recht haben Sie uns angeschrieben und gesagt, Mensch, Ihr habt die Stichsäge, Ihr habt die Handkreissäge, Ihr habt die Säbelsäge. Wo bleibt bitte die tolle Kettensäge aus der professionellen Serie von AGT? Und et voilà, da ist das gute Stück. Ist vor allen Dingen deswegen unglaublich praktisch, weil wir ebenfalls ohne Kabel arbeiten und, noch viel entscheidender, ohne diese müffligen Benzintanks. Sie kennen diese Ungeheuer, die zum Teil so schwer sind, dass man sie eigentlich kaum heben kann. Und die stinken und sind laut, dass die ganze Nachbarschaft Bescheid weiß, wenn Sie Ihre Bäume zu Hause zurechtschneiden. Das hier ist eine richtig schöne handliche und vor allen Dingen auch richtig schön leise und vor allen Dingen auch geruchsarme Lösung, die wir hier für Sie haben. Übrigens deswegen so praktisch, weil wir hier eine sehr kompakte Bauweise haben. Das heißt, wir haben hier eine 30er Schwertlänge und die Sägekette ist aus Carbon-Stahl hergestellt. Insgesamt haben Sie 64 Treibglieder. Und das ist also wirklich genau das Richtige, wenn Sie vielleicht nicht nur Ihre Hecke zurückschneiden möchten, sondern wirklich auch mal die Bäume, die Apfelbäume oder die anderen Bäume, die da normalerweise bei Ihnen zu Hause dann irgendwo die Fenster verdecken oder einfach jetzt in den Herbst hinein auch mal wieder zurückgeschnitten werden müssen. Das Schöne ist, die Maschine funktioniert wirklich ganz hervorragend. Sagen Sie mal hier. Ist im Verhältnis zu den meisten anderen Kettensägen, die ich bis jetzt erlebt und kennengelernt habe, wirklich deutlich leiser, ausgesprochen kraftvoll. Und ich habe eben hier mit ungefähr 4 Kilo ein strammes Gewicht, was ich brauche, um natürlich auch etwas dickere Äste vernünftig abzusägen. Aber sie ist trotzdem noch leicht und handlich. Ganz kurz möchte ich Ihnen die Sicherheitsmerkmale der Maschine vorstellen. Es ist natürlich klar, dass wir hier mit einem doch eher etwas gefährlichen Werkzeug unterwegs sind. Deswegen ist es wichtig, dass wir hier natürlich auch diesen Sicherungssplint haben. Das heißt, ich kann hier drücken, so viel wie ich will. Da passiert normalerweise gar nichts. Erst wenn ich diesen Hebel entriegele, kann ich jetzt hier entsprechend die Kettensäge starten. Das muss ich mal von der anderen Seite machen. Am besten mache ich das mit dem Daumen. Und dann kann es entsprechend losgehen. So, schauen Sie hier. Wichtig ist mir auch die Auslaufbremse hierbei zu erwähnen. Und zwar haben wir zwei. Wir haben vorne eine mechanische Kettenbremse und hinten nochmal eine elektrische Kettenbremse. Und das bedeutet, sobald ich hier entsprechend den Finger runternehme, zack, hört die Kette auf zu laufen. Das ist ein wirklich perfektes Sicherheitsmerkmal. Das Schöne ist, dass wir natürlich auch an Ihren Schutz gedacht haben. Zum einen der Sicherheitsgriff hier vorne, dass man also erst den Griff entriegeln muss, um die Maschine dann im Nachhinein zu starten. Toll natürlich auch hier, diesen jederzeit versetzbaren Griff im oberen Teil, dass man einen richtig schönen Halt hat. Den schön gummierten Griff im unteren Teil. Das heißt, die Maschine liegt wirklich sehr vibrationsarm in der Hand. Damit kann ich wirklich hervorragend arbeiten. Und nicht zu vergessen natürlich auch den Schutz hier für die Handflächen. Wenn hier mal irgendwelches Unrat oder wenn hier mal Äste dagegen schnalzen, bleibt Ihre Hand entsprechend geschützt. Denken Sie bitte an das Öl. Denn so eine Kette muss natürlich geschmiert werden. Sonst läuft die irgendwann auch mal fest. Und genau deswegen haben wir hier den entsprechenden Öltank mit dabei. Übrigens können Sie den Füllstand des Öls jederzeit auch kontrollieren. Weil wir hier noch dieses kleine Fenster, das können Sie hier an der Seite sehen. Da können wir also jederzeit auch mal den Ölstand kontrollieren. Bitte achten Sie ein Stück weit drauf, bevor die Maschine trocken läuft. Dann funktioniert sie irgendwann nicht mehr, ist dann kaputt. Das wäre wirklich schade drum. Ein ganz, ganz tolles Modell hier mit knapp über 100 Dezibel. Wirklich auch sehr, sehr leise. Und vor allen Dingen hier auch im kompletten Set für Sie zusammengestellt. Und das gucken wir uns jetzt gerne mal gemeinsam an. Wichtig ist mir zu erwähnen, dass Sie hier natürlich zu einem Preis unter 250 Euro, ist ein wirkliches Schnäppchen am heutigen Tage, eine komplette Setzusammenstellung von uns bekommen. Das heißt, Sie bekommen von uns natürlich die Kettensäge mit einer 30er Schwertlänge. Sie bekommen von uns den 36 Volt Lithium-Ionen-Akku. In ungefähr zweieinhalb Stunden ist der voll hochgeladen. Ungefähr 20 bis 30 Minuten Arbeitszeit haben Sie mit diesem Akku. Schnellladegerät ist natürlich mit dabei und selbstverständlich auch die Schutzhülle für die eigentliche Kette. Wenn Sie also immer schon mal eine richtig gute Kettensäge haben wollten, um gerade jetzt in den Herbst hinein, in den Winter hinein und auch nächstes Jahr im Frühjahr auch mal die Bäume zurückzuschneiden, ist das sicherlich genau die richtige. Die NX5203 und die 569. Und ich wünsche Ihnen viel Freude. Und ich wünsche Ihnen viel Freude.